hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute mal ein wichtiges video deswegen werde ich jetzt nur die anmoderation machen am kampf beenden und dann auf das thema eingehen damit mich darauf komplett konzentrieren kann werde ich dann nicht feiten deswegen bitte verzeiht mir dass ich jetzt erstmal nur einen kampf mache dann erstmal rede und dann noch mal kampf machen das ist wirklich ein thema was mir am herzen liegt und was mich freuen würde wenn ihr es teilen würdet ok bro deswegen bitte einfach mit verstand das video gucken und euch darauf vorbereiten was auf euch zukommt das ist eine ankündigung mal wieder eine stream ankündigung aber zu einem besonderen stream und denke sowas ist noch nie passiert in der szene dass jemand sowas gemacht hat deswegen auch gerne verbreiten einfach und ja vielleicht auch die einen oder anderen eurenchen mitbringen was das thema das thema ist ein stream wie schon an gerade angeteasert sag ich mal und zwar ein charity stream dieses dieser charity stream hat den grund bzw den hintergrund gedanken dass ich einfach mal menschen mit dem was ich hier auf youtube mache auch wirklich helfen möchte klar ich habe ein bisschen geld durch youtube verdient ja es läuft vielleicht nicht mehr so gut wie am anfang was mir persönlich egal ist aber das wichtigste ist ich habe euch spaß bereitet und diesen spaß können vielleicht nicht alle menschen teilen vielleicht wissen auch manche menschen gar nicht dass es youtube gibt oder beziehungsweise können es nicht nutzen einfach weil sie nicht das geld dafür haben vielleicht haben sie nicht das geld für eine internet leitung vielleicht haben sie nicht das geld für ein handy ein smartphone eine internet leitung ein computer oder sonstiges vielleicht haben sie nicht mal das geld für ihr essen und davon gibt es immer noch genug menschen in deutschland was einfach verdammt traurig und auch immer noch nicht richtig ist und diesen menschen wird geholfen durch eine aktion die hier bei mir in der gegend mehrere radiosender unterstützen und so gesehen zu spenden aufrufen bzw um spenden bitten und diese spenden gehen dann eine an eine aktion die nennt sich lichtblicke und diese spendet das geld dann an bedürftige menschen die sich nicht kleidung kaufen können die sich nicht das essen kaufen können menschen die einfach vielleicht nichtmals das geld zum leben haben wir sehen so vieles als standard an und uns geht es eigentlich die meisten von uns so extrem gut das wissen wir gar nicht und dementsprechend möchte ich jetzt mit diesem video einmal aufmerksam darauf machen dass nicht jeder diesen standard hat den wir haben jeden tag an den pc gehen können jeden tag das internet nutzen können jeden tag am smartphone sein können jeden tag ein warmes essen haben und genau deswegen möchte ich diesen charity stream machen ich möchte alle einnahmen 100 prozent der einnahmen die ich durch diesen stream mache an diese aktionen spenden und den menschen da draußen was gutes tun die nicht so gut leben wie wir es tun dazu bräuchte natürlich euch wie sonst könnte ich da einnahmen machen klar durch werbung aber mehr geld kommt natürlich durch spenden zusammen wie wann und wo wird das ganze stattfinden der charity stream wird nach den ersten weihnachtsfeiertag stattfinden also am zweiten weihnachtsfeiertag das ist der 26.12 dort wird dieser charity stream stattfinden je nachdem wie lange ich lust habe und je nachdem wie gut es läuft werde ich die länge des streams bestimmen es können 5 stunden es können 8 stunden es können 12 stunden es können 16 stunden sein ich weiß es noch nicht auf jeden fall werde ich diesen charity stream am 26.12 machen und ich freue mich ungemein darauf spenden zu sammeln für einen guten zweck deshalb jeder der bock hat oder schon immer mal spenden wollte an mich würde es in diesem stream allemal wettmachen denn das geld geht an menschen die es wirklich nötig haben und diese spende ist wahrscheinlich die sinnvollste spende oder eine charity spende ist die sinnvollste spende die du auf youtube machen kannst deshalb hebt euch das geld wenn ihr möchtet wenn ihr mitmachen möchtet bei dieser aktion auf bis zum 26.12 und spendet dann das geld bitte gerne in diesem stream an mich und ich werde 100 prozent davon weiterleiten an die organisation an den veranstalter lichtblicke alle informationen dazu findet ihr natürlich auch in der video beschreibung zur aktion lichtblicke was genau da wie abläuft steht natürlich alles auf der website welche radiosende da unterstützen findet ihr alles im internet ich werde euch die hauptpage also die website von lichtblicke natürlich unten verlinken und dann werde ich mich freuen dass hoffentlich viele von euch dabei sind würde mich freuen wenn ihr diese aktion teilt wenn möglichst viele menschen bei diesem charity stream dabei sind und spenden damit wirklich richtig viel kohle zusammenkommt für die bedürftigen da draußen sind jetzt schon mehr als 200.000 euro zusammengekommen bei dieser aktion dieses jahr und wir wollen oder beziehungsweise ich möchte dass es noch mehr wird deswegen seid dabei spendet für einen guten zweck ihr könnt keine bessere spende machen als spenden für guten zweck ganz ehrlich keine spende für einen youtuber ist ansatzweise so clever und so gut angelegt wie eine wie eine spende bei guten zwecken das ist das doppelt und dreifache wert wirklich es gibt so viele menschen da draußen die wirklich keinen cent haben und die es wirklich nötig haben die das ganze nicht ich sag mal faken viele regen sich immer auf ja in der fußgängerzone sitzen beispielsweise sitzen leute die sind nicht arm die betteln obwohl sie nicht arm sind oder sie schicken kinder damit die geld bekommen obwohl sie nicht arm sind und dieses geld wenn ihr jahrelang überlebt hat überlegt habt ob ihr menschen in der fußgängerzone etwas spendet und es nicht getan habt dann tut es jetzt in dem stream denn das geht wirklich an die leute die es wirklich brauche wie gesagt charity stream am 26 12 genau uhrzeit werde ich noch mal in die video beschreibung packen alle weiteren infos natürlich auch auch den link zu dem stream wo er stattfinden wird wird da zu finden sein ich werde weiterhin werbung für diesen stream machen sowohl auf instagram als auch auf twitter eigentlich weiß schon meine familie auch bescheid ein paar freunde wissen auch schon bescheid dementsprechend leute würde mich wirklich extrem freuen wenn ihr dabei seid ich weiß ich sage es jetzt zum 5000 mal aber es ist wirklich eine tolle aktion deswegen würde es mich freuen wenn da wirklich viele leute wieder mitmachen und jetzt zum ende bekommt ihr auch noch mal euren letzten fight ich weiß es waren zwei kämpfe bei acht minuten gelaber aber scheiß drauf jungs ist für guten zweck also jetzt nochmal richtig schönen kampf hinterher maxim kid natürlich scheiß egal ob ich gewinne oder verliere und dann würde ich sagen schon mal dank an alle die dabei sein werden die geld mitbringen und das ganze spenden wollen und ja vielleicht auch freunde anhauchen auch zu spenden familie anhauchen zu spenden oder sonstiges bin auf jeden fall ultra glücklich dass ich das endlich mal verwirklichen kann ich wollte es letztes jahr schon machen danach war die aktion aber leider schon zu ende und ich hatte nicht mehr die leitung dafür zu streamen und jetzt kann ich dieses dieses ziel verwirklichen und ich kann was gutes tun und ich bin einer der gerne was gutes für menschen tut dementsprechend freut es mich dass ich da mitmachen kann und was gutes tun kann für die menschheit da draußen was gezockt wird ist ja erst mal zweitrangig wird aber wahrscheinlich minecraft csgo vielleicht ein bisschen sowas battlefront dies das sein vielleicht auch ab und an ein paar cw ist mit den jungs aus pila und ja ansonsten würde ich sagen wie gesagt seid dabei es ist wirklich wichtig diesmal und ich stecke überhaupt nichts davon in meine eigene tasche ich tue selber von meinem taschengeld beziehungsweise von meinem konto noch etwas dazu weil ich selber auch spenden möchte wie viel gucke ich noch es wird auf jeden fall nicht unter zehn euro sein zehn euro mindestens und auf geht's jungs lass die welt ein bisschen daraus ein bisschen schöner machen lassen menschen daraus was gutes tun und vielleicht denkt der eine oder andere mal darüber nach sich ein bisschen zu ändern und mal darüber nachzudenken wie gut es einem wirklich geht ansonsten würde ich einfach mal sagen euch noch einen wundervollen abend schlaft schön träumt was süßes und man hört sich schön mit dem